Hallo, mein Name ist Gian Sasak und ich bin Lehrer an der Villa Wildersbusch und Koordinator für Schule ohne Rassismus. Wir sind eine private Ganztagsschule und Internat und die erste Apple Distinguished School Deutschlands. Wir tragen den Titel Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage und setzen uns als Schule mit unterschiedlichen Projekten gegen jede Form von Diskriminierung, Mobbing und Gewalt ein. Wir arbeiten 1 zu 1 mit iPads und mit nur 16 Schülerinnen und Schülern pro Klasse bietet unser iPad-gestütztes Unterrichtskonzept viel Zeit für individuelle Förderung und Forderungen. In kleinen Klassen lässt sich bestmöglich auf die Ansprüche und Interessen der Schüler eingehen und es herrscht eine produktive und freundliche Atmosphäre. Alle Klassenräume sind mit Whiteboard, Beamer, Apple TV und Gigabit WLAN ausgestattet. Allen Schülern stehen gemütliche Sitzgruppen sowie Fach- und Medienräume zur Verfügung, um konzentriert und in Ruhe arbeiten zu können. Neben der mittleren Reife und Abitur bieten wir zusätzlich die Möglichkeit an, Cambridge-Zertifikate zu erlangen. Die Digitaltechnik beherrscht immer mehr unsere Welt. Deshalb ist es wichtig, dass unsere Kinder am besten so früh wie möglich den Umgang mit digitalen Medien lernen. Wir als Schule versuchen unsere Schüler in ihrer Alltagswelt abzuholen und sie auf die Zukunft und vielleicht sogar auf ihren zukünftigen Arbeitsplatz vorzubereiten. Neben individueller Förderung in Mathematik, Deutsch, Englisch und Spanisch bieten wir außerdem eine große Auswahl an Clubs an, die unsere Schüler nach Interessen wählen können, wie unter anderem Programmieren, Kreative Schreiben, Backen, Science Club, Theater und viele weitere interessante Clubs.